Moin YouTube und herzlich willkommen bei eurer Pred Community. Ja, heute bin ich der Pred Remix für euch am Start. Ich wollte nur eine kleine Ansage machen und zwar, dass wir bis COD Ghost, ja, bis COD Ghost kein Commentary mehr machen und sonst einfach nur noch Videos hochladen mit Musik oder so, wenn wir Bock haben. Ja, alles andere kann man dann nicht mehr spielen, beziehungsweise man kann ja im Moment gar nicht spielen. Ich sag mal jetzt hier, Black Ops 2, größtes Abfuck-Game auf der ganzen Welt. Die Macher haben was genommen, die Gegner haben irgendwas richtig Hartes genommen, Alter, das würde ich auch gerne mal rauchen oder mir spritzen, auf jeden Fall, das ist gar nicht mehr normal. Weiß nicht, die Verbindung bei Black Ops 2 ist auch für den Arsch, egal ob ich haus will oder nicht, meine Waffen, sie machen einfach, was sie wollen. Ähm, ja, nö, das war's eigentlich schon, ich wollte nur was ansagen, ähm, im Hintergrund, ja, im Hintergrund, seht ihr ein MW3-Gameplay, Jungs, auf jeden Fall, MW3, ah, nicht nur Jungs, auch Mädels, ne, ich weiß ja nicht, was wir für Abonnenten haben. Auf jeden Fall, äh, seht ihr ein MW3-Gameplay von The Chronics erspielt. Das Spiel ist auf jeden Fall im Moment richtig geil. Weil, ich hab drei Runden gespielt, direkt drei Moabs hintereinander, das Spiel geht echt gut ab, ähm, sechs gegen sechs, Herrschaft, ja, müsst ihr mal ausprobieren, sonst, weiß nicht, macht das so wie ich spiele, einfach sonst irgendwie FIFA oder, ah ne, FIFA, halt auf, spielt mal sowas nicht. Letztens 3-0 geführt, hier richtig Zerstörung, ey, hab ich ihn weggeskillt, ne, direkt, ähm, er macht fünf Sweater-Tore hintereinander, ich hab fünf, drei verloren. Ähm, ja, danach erst mal direkt Spiel an die Wand geklatscht, mein Spiel ist auseinandergebrochen, aber macht ja nix. Joa, kann man ja nix machen, ne, ein bisschen Frisbee gespielt damit. Na gut, äh, ne, das war eigentlich die einzige Ansage, dass wir jetzt erst mal keine Videos mehr bringen, also keine kommentierten Videos bringen wir ab und zu dann auch. Na gut, haut rein, Jungs. Na gut, haut rein, Jungs. Ihr hört mir zu, ist alles easy, wie es ist, Leute kommen zu mir her und sagen, Sam, du bist der Lüft, vielleicht ein bisschen besser. Ich geb die Hand, bedanke mich, doch geb'n Fick auf, lästern, denke an morgen, mach mir keinen Kopf um gestern. Doch es ist gut, alles verläuft nach Plan, vor paar Tagen war ich nichts, heute hab ich Fans, vielleicht ein paar, ganz egal. Sie hören mir zu, wenn ich sage, wählt die SPD, dann wählt sie CDU, doch fuck it. Deshalb steh ich nicht vor euch und mach Musik, deshalb steh ich nicht im Studio, schreib Texte auf nem Beat, nein. Warum ich trotzdem rappe, weiß ich nicht genau, vielleicht aus Liebe zur Musik, vielleicht auch nur für all die Frauen, ich weiß nicht. Doch trotzdem ist es gut, dass ich es mach, vielleicht auch nur aus Entertainment, weil ich's gut find, wenn ihr lacht. Vielleicht auch nur, weil ich es gut find, wenn ihr sagt, ey yo Sam ist dieser Rapper, den ich wirklich gerne mag. Ihr hört mir zu, ist alles easy, wie es ist, Leute kommen zu mir her. Und sagen, Sam, du bist der Lymph. Ja, so wie diese Rapper. Doch dennoch mach ich immer noch mein Ding, bin ein Skinny-Jeans-Rapper, doch kein Rapper mit Bling, Bling. Pack das Skateboard aus und fahre durch den Park, nach dem dritten Sturz steh ich wieder auf und such es noch einmal. Ganz egal, irgendwann klappt das schon, so war's schon immer in der Schule oder Praktikum. Ob bei der Arbeit oder einfach nur beim gar nichts tun, ich dreh den Swag auf und frag mich dann, was mach ich nur. Geh ich wirklich nach dem Trend, ist die Musik hier nur so gut, weil ich das mach, was euch gefällt. Ich mach doch nur das, was ich möchte, schreib einen Text, nehm ihn auf, das ist das Erste und das Letzte. Was ich mach bei meinem Tagesablauf, aus Liebe zu Musik oder doch nur für die Frau. Frau, Frau, Frau. Frau, 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 Frau UNTERTITELUNG UNTERTITELUNG Good work We lost C Securing C Losing A We lost A Friendly Predator Missile inbound Securing A All positions locked down, hold your positions UAV online Losing Alpha Losing Alpha Friendly Moab incoming Losing Charlie Be advised, advance UAV online Sleight of hand Losing Charlie Quick draw Friendly Predator Missile inbound M Care package on the way Losing Alpha UNTERTITELUNG Bis zum nächsten Mal.